Ich bin Henrik Andresen, bin Twindy Jorholt, Mock hier in Milchstedt wie C.G. Christiansen, Minutbildung, Turm Groth und Außenhandelskaufmann. Ich habe in meinen Ferien, meinen Herbstferien, ein freiwilliges Praktikum hier bei C.G. Christiansen gemacht. Mir hat es wunderbar gefallen. Ich bin hier gut aufgenommen worden, auch als Praktikant, so dass ich mich entschlossen habe, hier meine Ausbildung zu beginnen. Wir müssen ein fundiertes Sortimentswissen mit uns bringen, damit wir den Kunden in jedem Bereich weiterhelfen können. Ich nehme Aufträge entgegen. Der Kunde kommt an Tresen, möchte eine Beratung zum Beispiel über Holzfußböden haben, dann nehme ich ihn mit in die Elementabteilung, in die Holzfußbödenausstellung. Was der Kunde genau haben möchte, muss ich ja erfragen, damit ich dem daraufhin beraten kann, was ich ihm zeigen kann. Kriegt man viel auch im laufenden Betrieb mit. Man wird ja in dem Sinne vorne reingesetzt und auch bei diesen Gesprächen lernt man selber von allein auf viel dazu. Im Team wird einem Azubi hier wunderbar geholfen. Man kann jederzeit mit Fragen auf die Kollegen zugehen, sind immer hilfsbereit, immer offen weiterzuhelfen. Wir bekommen einmal interne Schulungen von unserem Ausbilder. Er erzählt uns dann von vornherein, wie sowas anfängt, von der Sohle bis zum Vers. Was für Baumaterialien wir benutzen, was die einzelnen Baumaterialien für Eigenschaften haben, wofür man was einsetzt und wann. Mir gefällt die U-Bildung hier wie C.G. Christiansen wunderbar und ich habe für mir auf jeden Fall die richtige Entschädigung trocken. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020